Nach dem Mainzer Unternehmen BioNTech hat nun der US-Pharmakonzern Moderna seine Impfstoffdaten veröffentlicht. Und die stärken die Hoffnung einen wirksamen Impfstoff noch weiter. Der RNA-Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent. Dr. Tal Sachs, der oberste Leiter der medizinischen Abteilung von Moderna, berichtet bei CNN von dem Moment, in dem er von einer hohen Wirksamkeit erfahren hat. Erzählen Sie mir, was Sie gefühlt haben, als Sie von einer Wirksamkeit von 94,5 Prozent erfahren haben. Elisabeth, das war einer der größten Momente meines Lebens und meiner Karriere. Es ist absolut außergewöhnlich, einen solchen Impfstoff zu entwickeln, der eine symptomatische Erkrankung mit einer solchen Effizienz bekämpfen kann. Die EU-Kommission verhandelt mit dem US-Konzern über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können, teilte der Konzern am Montag mit. Moderna ist der zweite große US-Pharma-Konzern, der innerhalb einer Woche positive Daten aus der zulassungsrelevanten Studie mit einem Corona-Impfstoff vorlegt. Am vergangenen Montag haben die deutschen Biotech-Firmen BioNTech und ihr US-Partner Pfizer mitgeteilt, dass ihre Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 bietet. Bevor die Impfung ein wenig. Moderna ist der zweite Grunde. Bis zum nächsten Mal.